Liebe Studierende, willkommen zur zweiten Videoübung des Semesters zum Thema Kondensatoren mit Dielektrikum. Wir betrachten zwei Kondensatoren, Abbildung A und Abbildung B, mit gleichen Plattenflächen A und zwischen Räumen D. Der Raum zwischen den Platten jedes Kondensators ist, wie gezeigt, zur Elfte mit einem Dielektrikum gefüllt. Man fragt, ob der Kondensator in der Abbildung A oder der Kondensator in der Abbildung B die höhere Kapazität besitzt. Die erste entscheidende Überlegung soll nach der Suche eines Ersatzbildes für beide Konfigurationen gewidmet sein. Wir betrachten den linken Kondensator, das heißt Abbildung A, als zwei parallel geschaltete Kondensatoren und den rechten Kondensator, das heißt Abbildung B, als zwei in Reihe oder Serie geschaltete Kondensatoren. In beiden Fällen bezeichnen wir die Kapazität des mit dem Dielektrikum gefüllten Teilkondensators mit C1 und die des mit Luft gefüllten Teilkondensators mit C2. Für den Kondensator in der Abbildung A gilt, dass die totale Kapazität für eine Parallelschaltung von Kondensatoren ist gleich der Summe der einzelnen Kapazitäten, das heißt C1A plus C2A. Für die Kapazität des Plattenkondensators gilt allgemein, dass C ist gleich Y0 als die elektrische Konstante des Vakuums mal Fläche des Plattenkondensators geteilt durch Abstand D zwischen den Platten. Falls ein Medium hinzugefügt wäre, dann muss man noch mal Y multiplizieren, das heißt mit der dielektrischen Konstante des Mediums. Die beiden Kapazitäten für diese erste Situation, äquivalente zur Situation der Abbildung A, sind C1A können wir so schreiben als Y mal Y0 mal A halb gedeicht durch D. Und C2A wäre dann Y0 mal A halb gedeicht durch D, das heißt Y0 mal A gedeicht durch 2 mal D. Weil eben, dass die Elektrikum die Elfte der Plattenfläche A besetzt und für beide Kondensatoren der Abstand zwischen den Platten gleich D ist. Die totale Kapazität für die Parallelschaltung ist somit C1A ist gleich Y0 mal A gedeicht durch 2 mal D und alles multipliziert Y plus 1. Für den Kondensator in der Abbildung B lässt sich folgendes für die einzelnen Kapazitäten schreiben. Also C1B ist dann gleich Y0 mal Y0 mal A gedeicht durch D. Weil eben die Kondensatoren, die Kondensatoren, die Kondensatoren, die Kondensatoren, gleiche Fläche A besetzen, aber den albierten Abstand besitzen. Die totale Kapazität für die Serieschaltung lässt sich folgendermaßen berechnen. Wir haben gesehen in der Vorlesung, dass bei einer Serieschaltung von Kondensatoren die Inverse der totalen Kapazitäten ist gleich der Summe der Inverse der einzelnen Kapazitäten. Das heißt dann, CB ist gleich 1 über C1B plus 1 über C2B, alles hoch minus 1. Und mit beiden Formeln hier, alles zusammengefasst, kommt man zum folgenden Ergebnis. 2 mal Y mal Y0 mal A gedeicht durch D mal Y plus 1. Und jetzt können wir das Verhältnis für beide Kapazitäten, CA und CB, berechnen. Das heißt, wir können jetzt hier CB durch CA berechnen und es kommt 4 mal Y gedeicht durch Y plus 1 im Quadrat. Jetzt wissen wir, dass für gewöhnliche die elektrische Materialien Y ist immer größer als 1. Dann folgt für diese Formel, dass CB durch CA immer kleiner als 1 sein muss. Und daraus folgt die Lösung dieser Aufgabe, nämlich, dass die Kapazität für den Kondensator in der Bildung A immer größer sein soll als die Kapazität des Kondensators für diese Situation der Abbildung B. Wir haben somit das Konzept der Kapazität und deren Beschreibung nach den Kondensatorparameter sowie die Serie und Parallelschaltung von Kondensatoren geübt. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.